Hey, schön, dass du wieder da bist heute mit drei Tipps für einen erfolgreichen Abend im Club. Heute reden wir mal über das Thema Club, ein Thema, das wir nicht so häufig ansprechen, weil ich nicht so häufig im Club unterwegs bin. Ich mache eher Straße, aber bin auch ab und zu im Club unterwegs. Gerade wenn ich mal in meiner alten Heimat bin, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, bin ich auch gerne mal im Club. Und da gibt es einige Sachen, die man beachten sollte, wenn man dort einen erfolgreichen Abend in Bezug auf Frauen haben möchte. Und ich möchte hier zum Anfang einmal kurz abgrenzen zwischen ein erfolgreicher Abend mit Frauen und einfach einen Abend Spaß haben im Club. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die man auch unterschiedlich angehen kann und muss. Wenn du einfach nur im Club bist, um ein bisschen Spaß zu haben, um einfach Fun zu haben, dann ist es natürlich die wichtigste Grundvoraussetzung schon mal auch für einen erfolgreichen Abend mit Frauen. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin nur da am Spaß zu haben, ich will gar keine Frauen kennenlernen, keine Frauen ansprechen, dann müssen diese Sachen, die ich jetzt sage, natürlich nicht für dich zutreffen. Und dann brauchst du diese Tipps natürlich nicht beherzigen. Aber wenn du sagst, hey, ich bin wirklich da wegen Frauen, weil ich auch Frauen kennenlernen will, ich bin da auch ein bisschen zu flirten, weil ich darauf Lust habe, dann sind diese drei Sachen schon sehr wichtig. Und die erste und wichtigste Sache ist, dass du verstehst, wie der Club operiert und dass du auf jeden Fall Abschlüsse im Club machst, um es mal so zu sagen. Dass du halt wirklich guckst, dass du die Interaktion, die du im Club hast, auch ordentlich abschließt. Das ist ganz, ganz wichtig im Club. Was ich damit meine ist, dass du nicht einfach eine Frau kennenlernst, mit ihr redest und dann dir denkst, ja, ich sehe sie ja sowieso später wieder, dann können wir ja später noch Nummern tauschen oder ich kann mich später darum kümmern, wie es weitergeht. Nein. Wenn du dich von einer Frau trennst im Club, weil jetzt erstmal sie geht auf Tanze, welche du gehst, an die Bar oder was auch immer, dann sieh zu, dass du mit ihr Nummern tauscht, damit du mit ihr in Kontakt bleiben kannst. Ansonsten siehst du sie unter Umständen nicht wieder. Ganz egal, wie klein der Club ist. Das macht wirklich keinen Unterschied. Das kann so schnell passieren, dass man sich nicht wieder sieht und dass nichts weiter daraus wird. Das gleiche gilt übrigens in einem größeren Kontext, denn der Club, also ich erzähle eine Geschichte damit, glaube ich, deutlich, was ich meine. Ich war im Club, das ist nicht so lange her und da habe ich mich sehr gut mit einer Frau verstanden. Wir haben viel geflirtet, wir haben auch ein bisschen rumgemacht an dem Abend, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht an dem Abend. Sie war ein bisschen betrunken, aber nicht besonders viel. Und dann haben wir halt Nummer getauscht und mit der Idee, dass wir uns nochmal wieder treffen. So, diese Frau, ich habe mich dann bei ihr gemeldet, hat sich nie wieder bei mir zurückgemeldet. Und wäre das gleiche passiert auf der Straße, im Alltag, dann hätte die Frau sich auf jeden Fall zurückgemeldet. Aber weil es im Club passiert ist, obwohl wir rumgemacht haben, obwohl wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und uns gut verstanden haben, kann es immer wieder sein im Club, dass daraus am Ende des Tages nichts wird und du dir denkst, hä, es war doch eigentlich eine sehr intensive Zeit, wir haben doch viel Zeit miteinander verbracht, wie konnte denn es daraus nichts werden? Es macht eigentlich nicht viel Sinn und es macht auch für mich keinen Sinn. Und das liegt einfach daran, dass der Club so eine hochintensive Umgebung ist, wo einfach hier findet etwas statt, da ist wieder eine Einwirkung, hier ist wieder, hier ist Licht, da ist Musik, da lernt sie wieder einen anderen Typen kennen, dann ist sie mit ihren Freunden unterwegs, ist leicht betrunken, vergisst noch vielleicht einen Teil vom Abend. Und das ist so viel Input an diesen einem Abend im Club, dass es dann schnell mal passieren kann, dass das, was ihr da erlebt, so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Und deswegen, wenn du einen Clubabend abschließen kannst mit zum Beispiel danach noch irgendwie kurz was trinken gehen, danach noch kurz was essen gehen beim Dönerladen um die Ecke oder vielleicht sogar zu dir gehen und dann musst du nicht mehr mit dir schlafen, aber wenn du sowas machen kannst, dann macht das die ganze Situation deutlich entspannter und sicherer. Das ist wie ein Instant-Date, stellst dir vor wie ein Instant-Date, das du nach dem Club mit der Frau hast. Und wie gesagt, wenn es nur die 20 Minuten beim Dönerladen sind, die machen das Ganze deutlich sicherer. Also denk nicht, dass nur weil du eine Nummer im Club bekommen hast, oh ja, ich habe eine Nummer bekommen, das ist jetzt super safe. Nummern sind im Club nochmal deutlich weniger safe, als es auf der Straße im Alltag sind. Im Alltag ist es nochmal was ganz anderes, da ist es deutlich sicherer im Club. Club ist eine Chaosumgebung, das muss nichts bedeuten, wenn sie dir die Nummer gibt. Versuch also erstens, das Ganze so gut wie möglich abzuschließen, indem du sowieso erstmal die Nummer holst oder die Möglichkeit schaffst, wieder in Kontakt mit dir zu treten, ganz, ganz wichtig. Aber versuch auch so eine Art Instant-Date zu machen. Am besten auch nach dem Club, um das Ganze sicherer zu machen. Gerade bei einer Frau, wo du sagst, hey, die gefällt mir richtig gut. Club kann dir sonst sowas von in den Fuß schießen. Glaub es mir, ich habe das so oft erlebt im Club und mir immer wieder gedacht, scheiße, warum, wir hatten eine richtig gute Connection und dann sowas. Einfach nur, weil die Umgebung Club das so ein bisschen kaputt macht. Die zweite Sache, die du beachten solltest für einen erfolgreichen Abend im Club, bezieht sich schon mal auf die Vorausplanung. Denn es gibt ganz, ganz viele Clubs, die eignen sich einfach nicht für einen erfolgreichen Flirtabend. Und das sind alle Clubs, die überhaupt keinen Bereich haben, wo man miteinander reden kann. Wenn das nicht da ist, dann ist dieser Club nicht geeignet dafür, warum du da hingehen willst. Jetzt, wenn du nur in den Club gehen willst, um zu tanzen, ja, keine Ahnung, ein bisschen Spaß zu haben, dann kannst du in absolut jeden Club gehen. Dann ist es scheißegal, Hauptsache es läuft Musik und es läuft ja eigentlich überall. Aber wenn es dir wirklich darum geht zu flirten und Frauen kennenzulernen, dann musst du in einen Club gehen, wo es mal mindestens irgendwo einen kleinen Bereich gibt, wo man miteinander reden kann. Schau dir in den Club, wo du vorher gehst, schau dir auf der Internetseite den Club an. Schau dir die Räume an. Meistens kannst du dir die Räume angucken, kannst schauen, wie es da aussieht. Schau dir das alles an, guck, okay, wie sieht das aus. Gibt es da auch einen Raum, wo Leute nicht tanzen? Gibt es da auch einen Raum, wo man sitzen kann? In den meisten Clubs gibt es sowas. Und es gibt wirklich, und das ist krass, da gibt es wirklich Clubs, die sind sehr, sehr gut zum Frauen kennenlernen, weil die ganz viele ruhige Bereiche haben. Und es gibt Clubs, die sind absoluter Müll. Also gerade, wo ich in Berlin unterwegs war, in Berlin gibt es so viele Müllclubs, die sich nicht eignen, um Frauen kennenzulernen, weil es einfach nur eine fette Tanzfläche ist, wo die ganze Zeit mega laute Technomusik läuft. Hier bei mir auf dem Land, also was heißt Land, aber in der ländlichen Region, haben wir viele diese Großraumdiscos. Und diese Großraumdiscos sind tatsächlich deutlich besser. Ich erinnere mich an eine Disco, in der wir oft waren, in Imbüren, in der Aura. Das ist eine sehr geile Disco gewesen, wo es draußen einen riesigen Außenbereich gab, wo es sogar Betten gab, auf die man sich legen konnte. Da ist es einfach komplett ruhig, da kannst du einfach ganz, ganz ruhig kommunizieren. Und von diesen Bereichen gab es in dem Club noch mehrere. Nicht nur das, es gab auch so ein Café, wo einfach du Pizza essen konntest, wo es absolut ruhig und entspannt war. Und solche Bereiche fehlen in manchen Clubs wirklich komplett. Und das ist halt ein Problem. Wenn du jetzt nicht gerade der Typ bist, der das super Tanzgame drauf hat, der einfach Frauen immer antanzt und sie dadurch verführt, ich, also das liegt mir nicht. Und ich habe auch selten Typen gesehen, die das können und die das nur dadurch hinbekommen, ohne groß zu kommunizieren. Deswegen halte ich das nicht für eine wirklich gute Taktik im Club. Und deswegen ist es so wichtig, dass du reden kannst. Deswegen guck dir die Clubs vorher an, quatsch mal vielleicht mit Leuten, lass dir von den Clubs erzählen. Und dann wähl den richtigen Club aus. Beziehungsweise geh nicht nochmal in Clubs, wo du nicht kommunizieren konntest. Dort wird einfach nichts passieren. Da sind deine Chancen einfach schlecht. Und du willst dir ja nicht absichtlich deine Chancen kaputt machen. Es sollte mindestens ein ruhiger Bereich da sein, wo du reden kannst. Sodass du vielleicht die Frauen dann aus dem lauteren Bereich in den ruhigeren Bereich rüberführen kannst, um mit ihnen zu reden. Also verstehe mich nicht falsch, du kannst Frauen gerne auf der Tanzfläche kennenlernen, aber du musst dann in der Lage sein, sie an einen ruhigeren Bereich mitnehmen zu können. Sonst kommt sie nicht aus diesem Club-Modus raus. Club-Modus ist so dieses, ja, wir feiern, ja. Und du willst sie kurz aus diesem Club-Modus rausnehmen. Du willst sie kurz in einen ruhigeren Modus reinbekommen, wie du sie auch auf der Straße, den Modus normalerweise, antreffen würdest. Deswegen ganz, ganz wichtige Sache. Und die dritte Sache ist, dass du den Club oder den Club-Besuch, ja, ein bisschen weitgreifender sehen solltest. Also was viele Männer machen, gerade wenn sie sagen, ich möchte jetzt zum Flirten in den Club, ist, dass sich viele Frauen ansprechen, viele Gruppen vielleicht auch ansprechen. Aber wenn eine Frau oder eine Gruppe dann nicht bereit ist und es kommt flirtmäßig nichts zurück, dann lassen sie die Gruppe sozusagen links liegen. Und das ist das Dümmste, was du machen kannst. Das ist umso dümmer, je kleiner die Stadt ist, in der du regelmäßig in den Club gehst. Also, weil dann sind die Leute immer regelmäßig da. Also wenn du jetzt eine riesige Stadt hast wie Berlin und du gehst in den Clubs wie zum Beispiel Matrix, wo einfach wirklich jede Woche neue Leute sind, weil es ein absoluter Touri-Club ist, dann ist es scheißegal, da macht es keinen Unterschied. Aber nehmen wir mal an, du bist bei dir in der etwas kleineren Stadt im Club und da kommen schon regelmäßig so die gleichen Leute mal zum Feiern hin. Wenn du da sozusagen in den Club immer wieder abgrast und die Leute einfach links liegen lässt, nur weil sie jetzt gerade kein sexuelles Interesse an dir haben, dann ist es scheiße und wird dir auf Dauer ganz negativ in die Karten spielen. Was du am besten machen kannst in absolut jedem Club ist, dass mit den Frauen, mit denen du flirtest, mit denen du aber jetzt nicht auf sexuelle Ebene kommst, aber dich vielleicht trotzdem verstehst, befreunde diese Frauen. Und wenn es nur für den Abend im Club ist, weil dann hast du immer eine Gruppe, zu der du zurückkehren kannst und das ist ganz, ganz wichtig. Also in meinem Kopf gehe ich jetzt gerade davon aus, du bist relativ alleine im Club unterwegs. Wenn du natürlich mit Freunden im Club unterwegs bist, was besser ist, dann ist es natürlich nochmal einfacher. Aber je mehr Leute du im Club kennst, zu je mehr Leuten du zurückkehren kannst, desto positiver ist das für dich. Das ist dann dieser Halo-Effekt, dieses Wow, er kennt viele Leute im Club, das muss ein cooler Typ sein. Das kannst du wunderbar für dich nutzen und es ist auch für dich ein entspannterer Abend, wenn du da die Leute wirklich kennst. Und vielleicht, gerade wenn du in einem kleineren Diskus bist, im Sinne von, da kommen Leute oft wieder, lernst du dann Leute kennen, die du dann nächstes Tag mal wieder siehst. Und dann kennst du dann wieder Leute im Club und das ist eine ganz, ganz große Sache. Stell dir mal jemand vor, also stell dir mal vor, du sitzt im Club auf dem Sofa und da kommt ein Typ in den Club und der geht erstmal von Tisch zu Tisch und begrüßt alle Leute und alle scheinen den zu kennen und alle freuen sich, dass er da ist. Dann denkst du dir doch auch, ah ok krass, das ist vielleicht der Besitzer des Clubs oder irgendwer. Also der kennt hier viele Leute, das ist ein cooler Typ und alle freuen sich, dass er da ist und du denkst dir, ach den müsste man eigentlich auch kennen, der scheint hier viele Leute zu kennen. Und genau das kannst du dir zunutze machen, indem du die Frauen, die vielleicht jetzt flirtmäßig nicht unbedingt gut auf dich reagieren, einfach befreundest. Und dann kannst du immer am Abend mal zu denen zurückkehren, um wieder so ein bisschen coole Gespräche zu führen, um dich kurz aufzuladen, energetisch und dann wieder raus, um die nächsten Frauen kennenzulernen. Oder du nimmst Frauen, die du kennengelernt hast mit und stellst dir deinen neuen Freunden vor. Und wie gesagt, je öfter du das machst, je mehr Leute du kennenlernst, desto besser funktioniert das. Und irgendwann ist sozusagen der Club dein zweites Zuhause. Ist ungefähr so, als würdest du im Fitnesscenter einfach alle Leute kennen und dann ist es so wie, ja das ist so dein Fitnesscenter, da kennt dich jeder. Und das ist einfach eine ganz, ganz starke Sache, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Das ist so, als würdest du ein Seminar geben und die Leute kommen zu dir nur, um dich zu sehen. Du hast natürlich gleich einen riesigen höheren Status, also wenn du einfach ein Zuschauer im Seminar bist. Das gleiche gilt für den Club. Du kennst da jeden, alle Leute haben Spaß mit dir, dann will man Teil der Party sein. Die Leute wollen dich kennenlernen, die Frauen wollen dich dann kennenlernen, weil die sich nämlich fragen, wer ist dieser Typ, der hier alle Leute kennt? Den werde ich auch kennen. Und wenn du die Frauen dann ansprichst, sind die schon mal tausendmal offener, von dir angesprochen zu werden und vielleicht haben sie kein sexuelles Interesse an dir, aber dann kannst du sie wieder befreunden und kennst wieder mehr Leute. Und je mehr Frauen du kennst, desto mehr werden sich die anderen Frauen fragen, wer ist dieser Typ, irgendwas muss an dem besonders und toll sein, den muss ich kennenlernen. Und glaub mir, das diskumuliert sich dieser Effekt, das ist unglaublich mächtig. Und das kann man, wie gesagt, an einem Clubabend machen, das kann für einen Clubabend gelten, aber du kannst es auch über mehrere Clubabende machen, wenn wirklich, ich sag mal, auch regelmäßig gleiche Leute kommen, wenn die Stadt jetzt nicht riesig ist. An einem Clubabend Leute kennenlernen und am Ende des Abends kennst du fast jeden, das ist super positiv. Oder, wie gesagt, wenn du in einer kleineren Stadt bist, wo auch regelmäßig die gleichen Leute in den Club auch kommen, du lernst immer wieder neue Leute kennen und irgendwann kennst du quasi durch den Club so die halbe Stadt oder, sag ich mal, den Teil der Stadt, der regelmäßig Clubgänger ist. Und das ist mächtig, nutzt das. Mach nicht den Fehler, wie viele Männer den machen und zu sagen, boah, die wollten jetzt nicht mehr flirten, ich bin direkt draußen, ab zur nächsten, so shotgunmäßig. Das ist das Dümmste, was du machen kannst im Club und sorgt auf jeden Fall nicht dafür, dass du erfolgreich im Club bist. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich mal, ein Video zum Thema Club gemacht zu haben. Das wolltet ihr auch gerne mal sehen. Hier unten, ein bisschen links neben mir, kannst du dich ceremonieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich für einen der neuen Coaching jetzt im nächsten Jahr bewerben. Die sind jetzt offen und hier unten geht es zu einem Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.